Ja, und dann wirst du mich töten, wenn das nicht stimmt. Nein, töte mich bitte nicht. Wow, Alter! Hey, drehen Sie an das Stoppschild, dass ich... Ja, okay, da fahren wir drüber. Achso, ja, ja. Stimmt, das ist überzeugend. Oder wir fahren es rein zufällig um. Vorsicht, Torben, ne, Jungs? Naja, dann gibt es kein Stoppschild mehr. Oh, fuck, ich bin zu früh abgebogen. Oh, ich bin viel zu früh abgebogen. Idiot. Guck mal, ich stehe überall Offroader rum. Mach doch GPS an, Flo. Hab ich doch. Wären Lockpicks nicht so teuer, könnten wir uns hier locker 10.000er Offroader holen. Und die verkaufen gehen. Ja, genau, die kann man hier übrigens verkaufen. Ja, das kann man aber bei jedem Server. Am Fahrzeugheber. Nein, nicht bei jedem. Doch, doch. Nein. Doch. Nein, kannst du nicht. Auf den Hive-Servern kannst du das zum Beispiel nicht. Da gibt es keinen Job-Shop. Achso, ja, aber ich meine jetzt auf jeden Fall. Na, auf den wir bisher gespielt haben. Ja, wo ist den Job-Shop? Nein, auf den wir bisher gespielt haben. Komm. Ja. Versuch mal rauszureden. Nein, aber ich meine auf jeden... Ne. Ne, das sehe ich nicht ein. Boah, ernsthaft, der misst er einfach meine Gesch... Alter, jetzt ist hier schon der Tobi, weil ich so lange gebraucht habe. Boah, ich fahre jetzt einfach, ey. Scheiß auf Puls. Ach, du bist noch nicht gefahren. Hä, doch. Klar, aber... Wo ist denn hier der Eingang? Ach. Flo, wie behindert bist du? In den Schaltchenhaus gegangen, ja, ich weiß. Wo ist denn hier der Eingang? Denk dran, ihr braucht jetzt gerade nichts essen, weil wir gleich sowieso... Dann verkaufe ich mal ein Essen. Hä, ja, ja. Ja, du verkaufst da die Äpfel. Ne, der Torben frisst die alle. Der frisst die 300 Äpfel. Ich habe mir auch andere Sachen gekauft, Flo. Oh, jetzt sei nicht, du hast die Essen gekauft. Doch. Ja, du verlierst hier voll schnell was. Oh, Torben, da brauchst du doch Essen. Nein, 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 ich meine nicht Essen, ich meine Wasser. Brauchst du dir auch nicht holen. Hab ich aber. Wenn du weißt, dass wir zum Markt kommen. Oh, guck mal, ich hab jetzt noch 1890. Ich hab noch 85. Ich soll mir nie was, weil ich nie so viel verbrauche. Ja, aber auf dem Server kann das irgendwie schnell vor, weil ich von 120 sehr schnell runtergegangen bin. Wahnsinn, die normalen Server. Scheiße. Server. Soll ich jetzt einzahlen? Oh, Flo, bist du behindert? Läuft da einfach so vor mein Fahrzeug, ich hab die Straße. Bürgersteig, Flo. Entschuldigung, wohin? Hier unten ist auch ein ATM, ne? Ich weiß. Ja, ich fahr auf der richtigen Straßenseite, oder? Guck mal, ich fahr auf der richtigen Straßenseite. Oh, renn mir da unter, Alter, Bürgersteig. Bürgersteig hier, bitte. Kannst du überhaupt fahren, Flo? Ja, kann ich doch nicht, wenn du mitten auf der Straße anhältst. Alter. Nein! Verfickte Kecke. Alter, Flo, kannst du mal bitte richtig fahren? Wo ist der ATM? Junge, der hat mich fast umgefahren. Alter, dem sollte man direkt... Gibst du mir jetzt den Toolkit? Du hast dich zerstört. Hallo, wenn du so blöd bist bei dir... Boah, diesem Florian 2 sollte man direkt die Fahrlizenz entziehen, so wie der fährt. Flo, guck mal. Flo, guck mal, wer hinter dir steht. Da steht ein Polizist. Flo, hinter dir steht ein Polizist. Wo? Ey, warte noch, Sir. Bring die Fahrt schnell in die Garage. Scheiße, sorry. Äh, irgendwie folgt Sirius dann nicht nach dem Piep. Gab ja auch noch keinen... Oh, jetzt hat er. Oh, nein. Egal, die Wagen sind doch... Wenn mein Fahrzeug jetzt weg ist, ne? Hey, die sind doch in der Garage. Ja, Leute, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die Kacke weg ist, ne? Tschüss. Hey, Leute, und willkommen zurück und... Wir haben einen geholt, der hat schon sein Auto, der schiebt das Quot mal eben weg. Und, äh, irgendwie... Oder ist hier ein Polizist? Ja, der ist da direkt. Da, der kommt, der kommt. Ah, okay, Polizei kommt. Das ist hier... Das ist ein Notfall. Garage, da will einer nicht wegfahren. Ähm, bei mir kann ich auf der Map gar nicht... Können Sie dieses Quot da einmal impounden? Das steht im Weg. Und wir können nichts machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Hä, der hat es doch gar nicht gemacht, aber Tobi sagt schon mal Danke. Ja, weil er auf dem Weg ist, da kommt der Nächste. Ja, ich... Loxar, könntest du bitte von meinem Auto weggehen? Danke. Komm schon, Get Vehicle. Alter. Ich sag so dem Fluxer, dass er von meinem Auto weg hat. Ja, der ist geläftet. Der hat seinen Quot holt und ist direkt geläftet. Also das steht jetzt hier bis zum Server Result. Also das ist die Herren los rum. Danke. Wie kriege ich diese komische... Geht doch. Echt mal, ey. So, Spieler. Und jetzt... Vielen Dank. Wo ist... Wo ist... Wo ist Saibatron? Ich muss den stumm schalten, ey. Der nervt mich. Und Florian auch. Ah, ne, Florian ist noch stumm. Aber Saibatron ist auch noch stumm, aber ich hab dich doppelt gehört. Äh, wie geht das? Äh, Felix, gehst du mal bitte weg. Nein, du musst da stehen, dass es Endmute steht. Torben. Hä, ja, ja, ich weiß, aber ich werde dich trotzdem noch doppelt. Hä, wie jetzt Endmuten? Ach, ich glaube, vergisst du mich. Du meinst, dass du, wenn der Treibatron, also der Tobi, über Direct Communication spricht, in dir nicht was? Genau. Das kann man machen. Ah, und wie kann man das machen? Auf der Map und dann Spieler und dann stumm. Aber ist erstmal jetzt nicht so wichtig. Äh, erstmal muss... Äh, ja, ist... Ähm, Torben? Ja, Felix wird vorstgenommen, weil der Autos klauen wollte. Find ich gut. Der stand da die ganze Zeit rum. Äh, Flori, heißt du jetzt Florian? Zwei Jahre, ne? Okay, du bist von mir gemutet. Äh, sag mal was mit Direct Communication, Flo. Hallo, hallo. Ne, ich hör dich leider doch mit. Egal. Ja, ich bin mit dich auch. Okay, ich komme. Äh, Torben, okay, wir können fahren. Wohin? Korb, äh, erst Markt. Geben dann Korb, okay. Ja, Leute, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das alles hier ein bisschen... Ne, warum denn? Was ist das, Torben? Oh, Flo, bist du... Da ist ein Stopp-Shit. Oh, Gott. Oh, Mann, Flo. Komm schon, es ist nur ein Stopp-Shit. Ja, hier ist halt... Lass mich mal vorfahren, ich kenne den Weg. Vorsicht, ich überhole links. Boah, Alter, das ist ein bisschen nervig mit dem 30 kmh, weil... Man muss halt immer bremsen, Gas geben, bremsen, und jetzt fahre ich 50. Und ich denke mir so, YOLO, oder ist Polizei? Hab ich dir doch gesagt. Wohin fährst du, Tobi? Ja, echt mal. Ach so, Spitz-Akkur, oder was? Aber wir müssen ja auch erst mal... Ach so, ja, das stimmt. Boah, Alter. So, hier rein zum ATM. Ja. Wer ein ATM braucht. Ich. So, und jetzt können wir ein bisschen Gas geben. Ja, ich leider noch nicht. Weil sich so ein Quad vor mir eben gedringelt hat. Aha. Aber jetzt kann ich auch Gas geben. Erst mal GPS anschalten, meine lieben Freunde. So, scheiße, ich bin dann nicht so früh reingefahren. Ach, da kommt ja der Torben. So, ich nehme mal Vorsicht. Äh, wie viel Geld braucht... Ähm, warte mal, wie viel kostet denn wohl eine Spitz-Akkur? Äh, 1300 normalerweise. Ja, 1200. Ja, 1200. Ist egal. Äh... Ich habe alles. Okay, gut, dann ist gut. Dann hebe ich mir mal auch 10.000 ab. Ich habe mir 12.000 abgehoben. Ich glaube, 14.000. 10.000. Ich bitte weniger. Wo ist der Markt? Ja, da, wo er immer ist. Ach, ihr fahrt da nicht. Wenn du mir noch einmal in den Weg läufst, ich schwöre, ich überfahre dich. Okay, Flo, ich fahr erst. Ja, ja, ich muss erst mal insteigen. Das ist eigentlich Gas. Das ist auch mal die größte Hürde für mich. Boah, ich freue mich, wenn wir außerhalb der Stadt sind, ey. Dann ist hier nicht mehr so nervig mit dir drin Kurven. Aber hier ist wenigstens Polizei on und was los. Und das ist so ein Server wie der letzte, wo es hochgegangen ist. 1.600, okay. Ja, habe ich also noch mit. Ich auch. Moment, habe ich jetzt noch 8.400. Wurden meine Dings gespeichert? Ja, Toolkits und so werden auch gespeichert. Ja gut, dann werden auch Waffen gespeichert. Nein, Waffen. Ja, dann ist Gearsafe drauf und der speichert auch Waffen. So, kommt mal rein. Fährst du? Hey, wartet auf mich. Werden Waffen, na, einem. Re-Log. Wie wird Re-Log geschrieben? Ja, R-E-L-O-G. Schreichert. So? Du Kopfarmine, ne? Jaja, ey, wartet auf mich. Ich muss doch jetzt auch was machen. Topo bist du? Ich bin am Krankenhaus. Also in der Nähe des Krankenhauses. Hast du los durchgefahren? Ja, ich bin schon losgefahren. Oh, stopp, schuld übersehen. Dann kann ich euch nämlich gleich noch helfen, vollzuladen. Torben, wir kommen fast gleichzeitig an. Ja, Jemar, ich dachte, du schreibst da noch ein bisschen. Ja, ich dachte, du schreibst da noch ein bisschen. Äh, was haben die geschrieben zu meiner Frage? Habe ich nicht gelesen. Ich sehe nur, doch stimmt. Ja, ja, genau. Also das heißt, die werden wahrscheinlich über... Gespeichert. Gespeichert. Die werden überspeichert. Überschrieben, ja. Die werden gespeichert. Die werden gespeichert, okay. Okay, hier steht 30er Zone, also... Hier steht 30er Zone, also fahren wir erstmal 60. Ey, Tobi, er ist kein Schwein. Fahr über 80. Flo, ich geb gerade Gas. Was soll ich denn machen? Ich fahr grad 100. Oh, fail. Ja, aber du sollst doch auf der Spur bleiben. So, ich bin da. Und hier steht einer. Oh, Mauer. Baum. Hier steht ein Freund. Wahrscheinlich hat Flo die Mauer und so mitgenommen. Äh. Oh, nö, ich bin nebenher gefahren. Alter, warum bin ich nicht über die Straße gefahren? Ich bin hier einfach gefolgt. Weißt du, was uncool wär? Wenn die Waffen nicht uns ausrauben würden. Das wär echt uncool. Aber das macht an der Kopamine keinen Sinn. Macht's auch nicht. Ja, noch hier, immer ein. Ja, ach nee, du musst ja auch schon hier in die Nähe des Dreiecks. Geht dort. Boah, ich muss mal kurz die Tür zumachen. Hier wird schon wieder rumge... Oh, nee. Die Tür geht von alleine zu. Oder mein Bruder hat zugemacht. Das ist aber die unwahrscheinlichere Theorie. Aber wer kommt hier mit dem Quad? Oh, da ist die Polizei. Ja. Das finde ich richtig gut, dass die so wirklich alles bewachen. Ja. Ach, das ist echt cool. Junge, wir spielen erst hier seit ein paar Minuten. Sind voll die armen Schluck, aber es macht schon richtig Spaß. Na ja, so arm sind wir gar nicht. Ja, komm. Ja, okay, wir haben drei auf Road. Hallo Polizei. Hallo Polizei. Hallo Polizei. Hallo Herr Officer. Hallo Herr Officer. Hallo Herr Officer. Hallo Herr Officer. Ja, ich sehe doch keine Mine. Hä, da ist auch keine Mine. Hä, wie macht der das? Hä? What the fuck? Was tut der? Alter, man kann hier richtig viel Kupferlager nach zu scheiß. Wir werden ja reich. Jetzt wird schon das... Ja, Leute, wir überspringen euch, wir überspringen mal, wir sehen uns gleich wieder. Tschö. Ja. Hey Leute und willkommen zurück zu... Ne, wir sind ja noch in der gleichen Folge. Ja, und ihr seht schon, wir stehen jetzt hier alle hintereinander und haben gerade unsere Autos und unsere Inventare voll mit Kupfer beladen und wollen jetzt zum Prozett singen. Und damit ihr auch mal ein bisschen was mitkriegt, werden wir euch jetzt hier mitnehmen auf diese Fahrt. Los, gib Gas. Ja, vor allem ist der Tobi, hinterher bin der Flo. Genau. Dann geben wir mal hier ein bisschen Gas mit Shift. Oh, mit Shift mach ich nie. Oh, Tobi fährt langsamer. Nein. Ja, weil ich einfach von B losgelassen habe. Ne, ja, weil Tobi langsamer wurde. Jetzt fahre ich schneller. Ich fahre jetzt 100. Ich fahre auch 100. Nein. Nein. Mit Shift. Mit Shift kriegst du 103 drauf. Die fahren langsamer als bei einem anderen Server. Aber dafür haben die halt viel mehr Leineplätze zu haben. Obwohl, meiner fährt jetzt 100... Meiner fährt 120. Meiner fährt jetzt 140. Ah. Ah, gleich kommt die böse Kurve. 140 ist... Nein, die ist noch weit entfernt. Naja, doch stimmt, die kommt gleich. Alter, ich bin voll lange nicht mehr so schnell auf Road. Ich fahre 130 ohne Schiff und jetzt gebe ich mal ein bisschen Schiff. Ich fahre... 140. Jetzt fahre ich wieder 145. Oh Gott. Okay, Vorsicht. Jetzt kommt bei mir langsam die Kurve, also Abstand halten bitte. Ja, ja, klar. Ich bin... Ich habe dich abstand gelassen. Ey, die Kupfer... Ja, bei mir kommt es jetzt auch. Am Kupfer... Die Kurve am Kupfer-Trader-Floch. Oh, ich bin mit 100 um die Kurve. Ich gehe. Ich dachte, ihr meint die Kurve. Ich nicht. Oh, hier ist der Kupfer entlang, ne? Ja, ja. Da kann man sich halt bei den Containern oder hier in der Halle verstecken. Genau, in der Halle ist ganz gut. Da hat das auch vieles mit... Ach. Der andere versteckt sich zum Beispiel da im Busch oder so. Ja. Ja, mit Tarnanzügen müssen wir da dann... Komm. Ja, natürlich. Hä? Da... Da... Wir sind doch ganz bestimmt nicht in der Freizeitkleidung. Ja. Da muss man doch nicht mehr mit... Wir können uns doch hinter dem Container verstecken dann. Ja, ja. Aber ich meine, dann haben wir ja eh... Da haben wir eh genug Geld für Tarnkleidung. Äh, ja. Aber das machen wir auch schon als Nicht-Rebell, Torben. Ja, ja, klar. Ich... Ich habe Bock drauf, Junge. Nee, ich will Rebell auch nicht zu früh kaufen. Das ist dann echt langweilig. Auch wenn der... Und jeder kann dich abschießen. Ich glaube, das behindert das Let's Play nur, wenn du direkt Rebell wirst. Ja, ich weiß nicht, weil du kannst ja gute Waffen kaufen und, äh... Ja, kannst du dir auch, wenn wir als Zivilist... Wir können ja mal als Zivilist gucken, welche Waffen es überhaupt... Das würde ich als erstes machen. Ja, ja. Weil guck mal, sonst hätte ich mir jetzt schon längst die Rebellen-Dizenz holen können. Oh, die Kurve ist böse. Ich hätte mir die jetzt gerade holen können. Ja, ja, klar. Deswegen, das wäre... Hallo, nach 10 Minuten Spielzeit direkt Rebellen ist ja scheiße. Erstens, dann ist der Server nur voller Rebellen. Das macht dann auch keinen Spaß. Ja, und du siehst ja... Ja. Das macht nicht vielen Spaß, weil... Weil du einfach nichts mehr machen kannst. Weil es... In der Stadt waren kaum Rebellen. Oder ich hab gar keinen Sinn. Doch, da waren zwei, aber die wurden da... Ja, du darfst ja nicht in die Stadt als Rebellflucht. Ja, deswegen ja. Genau. Wir haben keine Stimme auch. Wenn du direkt jetzt nach 10 Minuten Rebell wirst. Ja, ja, das ist klar. Ja, das behindert das... Ja, das behindert das Let's Play dann ein bisschen, das stimmt. Ja, du kannst Rebellen ja nicht mehr wegmachen. Ja, ja. Aber jetzt haben wir genug über Rebellen geredet. Irgendwann werden wir Rebellen. Ja, wir fragen sowieso. Ich meine, das macht keinen Unterschied. Ich fahre noch 2,2 Kilometer. Ich fahre noch 2,3. Hier ist der Checkpoint. Ja, ich fahre es. Aber was für ein Checkpoint? Ich glaub, da muss man langsam fahren. Sowas wie Checkpoint Charlie oder so. Ach, ne, hier ist... Ich glaube, hier muss man langsam fahren. Okay, fahren wir 150. Ja, hier muss man manchmal auch anhalten. Ja, gut. Fahren wir 150. Aber es sieht schick aus. Ey, Tobi, wenn er oben... Oh, Heli, 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 Heli. Da fliegt ein fetter Heli, der kommt gerade vorm Koks. Das kann gut sein. Ja, doch, weil die Route, die könnte... Ja, ja. Und wenn man ein bisschen Umwege... Von der Zeit her passt das auch. Und wenn man ein bisschen Umwege um Kavala rumfährt, dann... Ah, jetzt kommt die böse Kurve. Ja, da kann man sein Wagen gut... Ja, ich weiß, hast du auch, Pietz, mit gestern geguckt? Ja. Boah, ich muss die Heute um... Ich muss... Ja, da haben die auch ein Laster geklaut. Ich muss unbedingt die Folge heute sehen, weil das war gestern voll spannend, als sie dann da ausgestiegen sind und die gesucht haben. Aber es war trotzdem schlecht von denen. Ja. Das war sogar richtig schlecht. Ach, guck mal, hier ist übrigens auch dieser Fahrzeug. Der Job Shop. Genau, ich weiß, aber davon gibt es ja viele. Stopp. Ey, mach. So, ich bin jetzt gleich da. Hier gibt es keine Schranke, das kann ich mir nicht merken, aber einfach vor dem DPL-Furteil. Ist auch besser so. Ja. Das war richtig scheiße. Ja, da musste man erst außen rum. Ja, ich bin da nie lang gefahren. Hä, Tobi, wo fährt... Achso. Ja, ich musste einmal zum ATM, weil ich irgendwas... Da kommt Polizei. Ui, fahren wir mal... Pass auf, ne, hier ist ein Feldweg, die kommt einem da fette Gegend. Hier ist 30er-Zone, Flo. Was, beim Feldweg? Aber der, die interessiert er, doch, da war gerade ein Schild 30. Tobi, fahr... Ja, okay. Ich bin mit dem mit 100 entgegengekommen. Hä, ja, ich auch, deswegen ja, deswegen dachte ich... Die Zeit fährt auch neben den Weg und... Deswegen dachte ich ja... Ja, ja, das... Ich bin ja auch schon da gewiss, ich war 100. Würde die Polizei mich jetzt anhalten, würde ich denen das ins Gesicht klatschen, was die gemacht haben. Hä, klar. Aber, äh, Flo, ich hab ja auch nicht gesagt, dass sie was interessiert. Guten Tag. Guten Tag. Ich hab ja nur gesagt, äh, dass da ein Schild war, halt, ne? Hallo, ich muss erst mal das Auto verkaufen. Tobi, der macht gerade, äh, der prozest gerade hier. Hä? Ja, der prozest. Kann man vom Auto auf. Ja, aber der steht halt gerade im Weg. Hä, wann machst du denn? Ich mach sein Auto kaputt. Hä? Stell dir vor, ich tritt vor deinem Auto, mein Lieber. Du prozest 27 in to copper, Ingrid. Läuft. Ah, ja, jetzt wollte ich an deinen Wagen brauchen. Ja, kannst du auch gerne befüllen. Äh, äh, äh. Flo, wann kommst du? Ja, ich musste gerade mein Auto reparieren. Na, das war klar. Ich bin gegen eine Mauer gefahren, die in so einem Busch versteckt war. Wieso fährst du durch den Busch? Ja, ich hab die Kontrolle verloren, weil die Polizei mir da hingehen kam. Dann hab ich zwar noch ein bisschen gequatscht und dann bin ich von der Fahrbahn abgekommen. Wie beim Heli, ne? Ich hab die Kontrolle verloren. Das ist nur das Umparken. Ich bin da zweimal verkackt, Tobi ist einmal beim Landen. Hä, das war aber, das war nicht richtig beim Landen. Ich bin nicht verkackt, ich bin nicht verkackt. Flo, das war, ich bin ausgestiegen. Ja, ich bin ausgestiegen und der Heli ist wieder abgehoben. Ja, guck. Ja. Was willst du denn, der ist runtergerutscht? Flo, wenn, dann ist es ein schlechter Heli-Flieger und kennt mich. Ja, ich hab jetzt erst mal Torabend zugeparkt. Hä, ich kann auch einfach vorne rumschauen. Flo, das bin ich. Flo, was machst du an deinem Bein? Flo hat sich das Bein gebrochen. Flo ist quasi Modo. Alter, fahr nicht vor die Autos. Gut, gut. Hab mir das Bein gebrochen? Ja, das passiert, dann kannst du auch nicht mehr rennen. Kannst du noch rennen? Ach, deswegen laufe ich so komisch. Ja, kannst du noch rennen? Ja, ich, naja, ist nicht gerade schnell. Ja, dann hast du erst das Bein gebrochen. Ich? Du läufst auch so komisch. Ich, nee, ich laufe normal. Bei mir nicht. Ah, jetzt läufst du wieder normal, jetzt läufst du wieder normal. Ja, gerade bin ich auch seitwärts gelaufen, das sieht immer komisch aus. Ja, ich bin jetzt auch so gut wie fertig. Ernst? Ja, die letzte Ladung gerade. Ja, ich muss noch das letzte Copperohr geben. Ja, muss ich auch, sechs Stück noch. Ja, ich auch. Alter, du hast dich so behindert, oder? Der hat sich erst das Bein gebrochen, du armer Junge. Wie er läuft. Guck dir das doch von hinten an. Flo, lauf mal bitte. Ja, weil er sich erst das Bein gebrochen hat. Hä, aber das sieht man doch überhaupt nicht. Flo, wie viel Gesundheit hast du? Hä, ich kann mich... Soll ich ihn heilen? Ah, ich bin fertig. Kann man ihn jetzt heilen? Ja. Okay. Komm mal her, Flo. Nein, Flo, ich kann den Flo nicht heilen. Dann hast du kein Blitz, oder? Lass auf, wollen wir auf Flo warten? Komm. Ja, ja, machen wir. Dann geben wir mal eben die Schlüssel, Flo. Dann kann ich mit... Dann unterbreche ich aber so lange in die Aufnahme, weil das ist ja langweilig, oder? Warum? Ist doch egal. Ja, aber nein, wir müssen ja... Ich meine, Flo, nein, brauchen wir nicht, weil ich muss... Tobi kann jetzt 27 nehmen. Ja, okay. Und dann ist er auch fertig. Mann, Flo, gib die Flüße, danke. Ich hab da nur noch eine Ladung drin, und ich muss nur eine. Ja, okay, dann ist gut. Alter. Ich guck mir dann so lange schon mal die Map ein bisschen an. Gleich einmal respawnen, oder so. Reconnecten. Oder kannst du mich nicht heilen? Nein, kann ich ja nicht. Du musst erst irgendwo gegenfahren, oder auch angefahren werden. Moment, hab ich überhaupt noch Medikids? Ja, hab ich. Ein Drug Dealer 1, Drug Dealer 2. Alter, hörst du... Alter, wie behindert das aussieht, geh weg von mir. Mit sowas wollen wir nichts zu tun haben, Mendila. Das sieht doch nix komisch aus. Doch. Dein Oberkörper ist verbogen. Deine Schulter hängt so komisch nach unten. Drug Dealer 3. Und das heißt dann, dass... Drug Dealer 4. Ja, frag mich nicht, Herr Torben. Ja, nein, das... Ja, das... Man kann sich auf jeden Fall das Bein brechen, das weiß ich. Tobias, hast du gerade bei mir... Hast du mir bei mir was gegeben? Äh, was? Ja, ja, komm. Beweg dich. Na ja, danke, dass du mir Sachen wieder mal geklaut hast. Alter Maul, ich hab dir geholfen. Ja, wir teilen uns doch hier alles. Nein, ich hab mir nur die 6 Copperohr genommen. Bloß. Ne, ich... Hä? Äh, jetzt zum... Natürlich teilen wir was. Ja, natürlich jetzt zum Copper Trader. Was dachtest du denn? Jetzt fahr jetzt einfach zur Gereise oder so, hä? Zigeuner, Junge. Zigeuner! Vorsicht, dass wir nicht überfallen werden, ne? Tobi, du fährst links. Das ist echt uncool. Hier ist ein Feldweg. Ja, du fährst aber gerade den falschen hoch. Fahr dir mir nach? Nein, du fährst den falschen Feldweg hoch. Das ist scheißegal. Ich kann beide fahren. Das ist das lustige Arbeit. Den finde ich besser, weil du hier einfach gerade ausfahren kannst. Ja, nee, ich halte mich an die typische Route, die ich schon mein Leben lang gefahren bin. Ich als Kupferhändler. Guck, ich werde vor dir da sein. Hä, nein, ich bin da. Echt? Ich bin bei DPL. Ja, ich auch. Oh, nee. Hier war nämlich die Schranke. Ja, ich weiß. Deswegen muss ich... Dann bist du mal immer hier so rumfahren. Leute, du bist echt vor mir. Okay, dann fahre ich jetzt auch wieder den Weg. Oho. Das war knapp an... Ah, hast du die Kurve bemerkt? Ja, das war knapp an so einem Laternenfall vorbei. Okay, fahren wir die Kurve ein bisschen langsamer. Oh, hier ist ein Stoppschild. Ups. Stoppschilder werden hier nicht beachtet, nur... Nein, Energie-Shit auch nicht. Nur wenn Polizei da ist. Also wenn eben, wenn eine Polizei neben mir steht. Also am Marktplatz nehme ich die mit. Also überfahr die nicht. Ja, da ist eigentlich... Da war jetzt gerade die ganze Zeit eine Polizei mindestens. Ich würde sagen, wenn wir überfallen werden, dann stellen sich die zwei und der andere probiert abzuhauen, oder? Ja, dem müssten wir dann aber heimlich das Geld geben. Also der versteckt sich dann erst hinter so einem Zaun oder so. Und dann... Oh! Meine Ansicht hat sich auf einmal wegen meiner Maus ganz komisch verändert. Aber ich konnte mich kurz... Wow, Alter! Was hattet ihr gesagt? Also wenn wir... Wenn wir jetzt mal fallen werden, was durchaus sein kann, dann... Dann muss einer abhauen, dem geben wir dann heimlich das ganze Geld. Und die anderen stellen sich einfach. Weil wir haben ja eh nichts zu verlieren. Och man, Leute! Bennehmt euch doch mal! Ihr schafft das doch eh nicht. Ich höre einen Heli. Wow! 400 Dollar! Genau, habe ich auch gerade so gedacht. Haben die uns 400 ganze Dollar gestohlen? Nein! Nein! Also... Hä? Alter... Ich muss stehen bleiben. Pass auf. Meine Maus macht gerade komisch scheiße. Tom, ich stehe hier direkt nach der Kurve. Wieso? Bist du kaputt, oder was? Ja, mein Hinterreifen. Vorsicht! Oh! Bei wie viel Kilometer Entfernung noch? Ähm... Zwei. Ich hab mal keinen Waypoint gesetzt. Flori! Ich hab euch eingeholt. Du Arschloch. Wie lange das dauert, die hier zu reparieren, Alter. Dauert auch auf den anderen Servern so. Aber so lange? Doch. Okay, Shift, go, go. Jetzt hab ich keine Kugeln mehr vor mir. Oh, guck mal, meine Tür ist sogar eingedrückt. Das hab ich noch nie bemerkt, dass man die Türen so eindrücken kann. Ja, das ist bestimmt lustig. War, ist bei mir auch so. Als ich den schon gekauft habe. Ja, Flori, der ist kaputt. Hä? Meine Tür ist aber eingedrückt. Jetzt. Oh, da ist eine Rauchwolke. Da ist mal wieder was explodiert beim Kupfer... Oh, scheiße. Beim Kupferhändler. Ja, einer fährt vor, Torben. Ich fahr. Ja, ich fahr. Flori, park da irgendwo. Ich bin das Versuchskaninchen. Ja, ich würde... Genau so können wir das machen. Dann tauscht der Torben zuerst und lässt dann kurz den Motor an. So, als würde er wegfahren direkt. Okay? Okay. Alter, die ist direkt beim Kupfertrailer. Oder? Ja, dann guck dir das an, Torben. Flo, wir parken irgendwo in der Nähe. Ja, die ist direkt beim Kupfertrailer. Da ist ein Auto in die Luft gegangen. Ja, dann guck mal nach. Ähm... Probier möglichst viel im Auto zu lassen. Oh, der hat eine Waffe, aber er schießt... Aber ein Quad hat hier gerade einfach so gehandelt. Ja, einen guten Quad würde ich auch nicht überfallen. Ich würde eigentlich nur einen Lastwagen oder Pick-up. Hä? So einen ollen Aufbau, da überfällt doch auch keiner. Ja, ich verschanz mich hier. Hä? Nein, ihr könnt kommen. LOL. 33 Kupfer geben nur 36.000. Wie viel? 36.000. Ja, äh, gut, ist viel. Ja, ich bin halt noch an die Mengen vom Heli gewöhnt und mit Koks. So. Ich hab mein Geld. Tobi, du hast jetzt nicht ernsthaft. Ich dachte, du hast den Typen überfahren, der da steht. Ja, ich hab den noch nicht mal gesehen. Äh, Flo, bist du jetzt grad... Moment, ich kann nämlich zurück. Aua. Ich bin voll gegen dein Auto gelaufen. Wie viel Copper kann man nochmal lagern? Im Inventar. Weiß ich nicht. Nimm einfach so viel du kannst. Ey, wo ist denn hier der... Ach, guck mal, hier liegt Geld. Ich hol mir das. Wo? Ach, fuck. Heb auf. Ja, mach ich. Und wie viel? Ja, Moment. Mit Windows-Tasten, ne? Mhm. Boah, man muss immer so komisch zielen, ey. Ich kann das irgendwie nicht aufheben, kann ich. Warte, ich komm da auch mal hin. Der hat ein Schild umgefahren und ist explodiert. Ich krieg's nicht. So, eine Pickaxe habe ich. Ja, aber guck mal, das Geld kennt. Oh, 17 Copper hingekommen, Gemma. Das Geld kennt. Ich hab's in 2013. Du darfst dich auch nicht hinknien. Äh, doch, eigentlich schon. Ich weiß es nicht. Guck mal, da ist ein Blutfleck auf der Straße. Guck mal, da ist das Schild, Tobi, hast du es gesehen? Ja. Bist du sicher, dass es Blut ist? Ja, ist es. Ja, das war's. Ey, dann lass jetzt bald schon mal ab. Ich dachte erst, dass wir tanken. Na, Flo. Warum? Wir haben doch noch nichts. Aber was willst du denn dir jetzt kaufen? Ja, ich wollte gerade... Der Flo... Alter, der Flo will direkt wieder Waffen da. Ja, aber was willst du denn dir jetzt kaufen? Keine Ahnung, nochmal Natur, würde ich sagen, oder? Erstmal. Hä, erstmal Waffen, Junge. Ja, ne? Falls wir... Ja, okay, dann fangen wir aus, eine Waffe. Damit wir uns verteidigen. Erstmal, zumindest erst mal gucken, wie viel die kosten. Ja, genau. Ja, Kavala. Hä, zum Waffen. Ach, ja, klar. Erstmal ein. Weil wir müssen ja auch ein Buch. Hä, was hab ich gemacht? Hä? Hä? Warum, was? Ich bin irgendwie zur Seite gebracht. Ich auch. Gott sei Dank, weil... Äh, ja, ich... Ich hab noch eins, glaube ich. Gott sei Dank, weil bei mir die... Ja, ich hab null. Bei mir war direkt nicht fast. Vielleicht einstgeben, Torben. Ja. Lol. Pagi. Ich meiste ja auf dem Boden. Hä, nein, nimm dich aus meinem Rucksack. Wenn ich schon mal vor... Ja, wieder mit mir zum Reparieren bin. Ach so, du... Ja, ich hab da auch nur noch eins. Ach so, sag das doch. Ich dachte, du hättest jetzt gar keins mehr. Ne, ja, jetzt hab ich keins mehr. Ja. Okay, müssen wir uns... Ach ja, wir können uns ja gleich welche kaufen, ich Idiot. Ja. Ja. Dann treffen wir uns beim ATM am Marktplatz, ne? Würde ich sagen. Ja. Ja, Robin. Da sind auch so Schnuckel hier. Die Fahrplätze. Äh, Torben. Äh, Torben. Ey, Tobi. Ja, klar, die ganze Zeit. Ähm, Tobi, wusstest du eigentlich, dass, äh, diese Straße, auf der wir grad fahren, die geht einmal komplett, komplett über die Insel, dieser Highway. Und... LOL, du hast ihn getötet! Äh, sorry, aber der ist direkt über die Straße gegangen. Ja, dann schreibt das direkt der Polizei. Bleib hier stehen, Flo, bleib hier stehen. Set, 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 the phone. Bleib hier stehen. Man, das... Hä, meine Ecken wird immer gekanzelt. Der... Mörder, Mörder. Den, 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 der, Scha...